Musik Ja! Hätte ich eine Webcam, würdest du jetzt hartes, komisches Rumgetanze sehen, bei mir. Okay. Etwas verspätet, weil Jan es noch reingelabert hat. Hallo und herzlich willkommen zu einem man hört, dass du tanzt. Zu einem weiteren League of Legends Duo Play diesmal morgens um viertel nachts, weil TSM hat gerade seinen Einzug in die Worlds abgeschlossen. Und ich spiele mit Jan es und nicht mit Flo. Wir spielen Duo Botlane. Diesmal spiele ich Firefighter Tristana, nicht Flo. Dementsprechend gut wird das auch eventuell funktionieren. Wir werden mal gucken. Also ich sag's gleich. Ich spiele AD Carry vergleichsweise selten. Ich spiele Support geht so. Häufig. Und da wir spiele gegen einen Serien und eine Jinx, das heißt ich könnte eine Menge Poke fressen. Wie baue ich einen Tristana jetzt eigentlich? Infinity Edge, Static Schiff und dann irgendwas? E.T. Je nachdem, ob sie einen ziemlich großen habe ich jetzt die falschen Masteries mit? Und Ruhm? Nö, alles passt. Je nachdem, ob sie einen großen Tank haben, machst du nach danach einen E.T. oder einen werden keinen großen Tank haben, du machst danach einen E.T. Danach machst du einen wie heißt das Adapter. Also, kurze Erklärung dazu, zu dem, was wir da gerade gemacht haben. Wir waren mit den Leuten, die gerade da mit uns schreiben, waren wir gerade eben in einem Team und die sind Deutsche und die scheinen mich irgendwie auf YouTube zu kennen. Dann werden die wohl auch uns das Game sich angucken und ihr dürft dann auch gerne mal drunter kommentieren, wer ihr seid, damit ich weiß, wer ihr seid. Und ja. Womit fange ich ihn dann mit Tristana eigentlich an? Je nachdem, willst du pushen oder willst du nicht pushen? Nein, wir wollen nicht pushen. Leg mal einen Punkt in die W. In den Jump. Gut. Let's go on lane. Und dann halt mal alle Punkte zurück. Oh, gut. Oder du setzt danach einfach Punkte in die E und einen in die Q. Oh, wir werden gepusht. vor allem ich tu dir meinen gefallen, ne? Und zwar? Ich skille hier zuerst. Solltest du also poke Nein! Nein! Failed the last hit! Wir sollten vielleicht ein bisschen weiter vorne stehen. Aua! Hier! Ja! User joined ab und weg auch den jüden um die mitte zu retten haben internet kaufhol muss ein wenig so es kann sich hier ist ein gs auch ich verkeh' bei der bäumpt oder Eliminate ochtun deckel always attack bubble bubble hoch ganz einfach genau und die setzen wollte ich gerade sagen kippt um um dort Troll und die Anliegenstand die Anliegenstand die Anliegenstand wieso Weil ich dann dich hielen kann und es überschlägt. Tjo. Good job, Shaco. Du sagst. Du sagst dich. Hard. Ja. Das D-Bubble war nice. Warte mal eben. Nicht zu weit raus wagen jetzt. Ich muss kurz warten. Wer ist eigentlich der gegnerische Jungler? Ähm, ne, Trindermeer. Äh, Viertelstick. Uwe Lang. Die Bubble, oh, hab ich getroffen. Nice. Oh, Viertelstucks. Yes. Speed, Tristan. Unleash the duo duo. Derp 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 derp. got it good job und er hat keinen flash mehr musstest du flashen? nö good job flashless kill immer gut du meintest, das würde nicht funktionieren mit uns auf der Bot ich meine nicht mit uns ich meine nicht uns auf der Bot ich meine mich als AD Carry du bist über der Jinx im Farm ja, one for one, Cold Wurf ich glaube es ist leider ein bisschen verkackt da weißt du was, ich geh mal back die Jinx hat auch geflasht, oder? mhm, ja aber ich habe auch geflasht ja, ist egal und exhausted, aber du hast noch beide Summoners, oder? ja das heißt, sie haben... shit, ich hätte dich retten können sorry alles okay ich bin hier so ungewohnt alles okay ich habe auch geflasht die die vier ich bin hier gewohnt und ich bin hier und ich bin hier es gibt ich bin hier ich bin hier gel ich bin hier Uh, das war jetzt blöd. Ja, Fiddle hat geultet. No, shit! Die hättest du nicht fangen dürfen. Das war doof. Egal. Müssen wir halt mal den Shaco runterkollen. Scheibenkleister. Scheibenkleister. So, äh, ist der Grund? Sie sehen uns nicht. Sie sehen uns nicht. Sie sehen uns nicht. Bittler. Bro. Good job. Good job. Und lass uns mal weggehen. Okay. 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 Oh, I eliminated you there. Yep. I wanted to tell you, as soon as I got my internet, I got these German chips. They're funny. F-R-I-S-C-H. Have you heard that? Funny Frisch. Yeah, they're awesome. Yeah, I got... I got a bag right here. I got pepperoni. Ah, they're awesome. Yeah. I think you like some. Yeah, they're actually really good. Oh, you love it. Yeah, they say chip... How do you say chip-fresh? Chips-fresh. Chips-fresh. Yeah, what does this fresh mean? It means fresh. Nothing else. User-in-your-channel, time-down. User-in-your-channel, time-down. Is you now on killing spree? Yeah. Yeah. Good job. I like Nami. Oh ja, Nami ist nice. Ich weiß nicht, warum sie sie in der LCS so häufig picken. Nice, obwohl sie unseren Turret früher hätten down nehmen können. Haben wir ihren bekommen. Eil dich mal einmal ganz hoch, ne? Warum hab ich Bluebuff? Ich glaub ich hab den Viertel bekommen. Oder? Ja. Dafür kann ich jetzt Zeug spammen. Oh. Das ist super. Soll ich sagen wieso? Ich hab genug Geld für Infinity Edge. Nice. Damit sind wir ziemlich weit vorne. Ich kauf mir jetzt n'n Chalice. Nice. Und Boots. Und n' Pinkboard. Oh. Oh. Sorry, Lemonade. Das ist unsere letzte Verbindung da. Als wir über die Chips sprechen. Oh. Hey, gut. Willkommen zurück dann. Danke. Okay. Oh, wir sind Zura,.... Uh. Es sagt Nr? N-U-R? Ich glaube das... Nur. Oh. Its only... Best, B-E-S-T-E, is that best? Beste? Beste, it's best. Oh, Beste? And it says Zootaten. Zootaten. Zootaten, um, ingredients. Oh, the best ingredients, oh, okay. Yeah. What is Cartofen? Potatoes. Kartoffeln. Kartoffeln. And then Reins Sonnenblumenöl. Reines Sonnenblumenöl. Yeah. Clean Sunflower Oil. Oh, and it says Kein Kustilichen Kuschenmaken Burschenhaer. I don't know. Yeah, oh, okay. It's no, um, like, no, how do you say? No fat? No, it's like, no stuff made in a laboratory. Oh, okay, so it means, like, no preservatives or something. Only natural ingredients. Oh, okay. Hey, hey. We're Nami and Tana, as if they kill us. This is pretty cool. I'm, I'm, I'm reading the bag. I'm learning German. Yeah, because they're German chips. Yeah, what? Hey, Torben? Yeah, 시간維ghi. Yeah, listen. Okay, it says, uh, e-i-i-n-i. Re... rickick. Sharkee. Sache? I don't know. Ah, nah shit. And how'd you say it's eliminate? Es ist richtig scharfe Sache. Aber sie sind sehr hart. Aber sie sind sehr hart. Sie sind noch hart für mich. Ja, sie sind ein bisschen wenn du die ganze ganze Art zu essen. Ja, ich habe das ganze ganze Art zu essen. Und ich habe das ganze Art zu essen. Aber ich habe das ganze Art zu essen. Vielleicht ist es für mich. Ich habe das ganze Sprache und ich habe das ganze Sprache. Ja, ich habe das auch. Ja, ich bin auch schon. Ja, ich habe das ganze Sprache. Ja, ihr habt das ganze Sprache wie wir hier in California bekommen. Ah, nein, nicht so. Spicey, ich denke. Aber ein bisschen süß. Torben? Ja? Funktioniert doch. Du stehst vier, zwei. Ich stehe vier, zwei. Sehr gut, dass ich vier Kills habe. Pfff. Hey, hätte man besser machen können. Aber ich habe vier Kills. Achtung für die Lohle. Aber ich habe keine Übersetzung. Für die Hände besucht. Ich habe noch mal eine Dagefeale. Was es eine Dagefeier zu geben. Okay, das kann man Conference. Ich habe mich nicht Achtung. Ich habe zwei Kills. Ich habe mich nicht Achtung für die Hände oder die Hände, die Hände von die Hände gegeben. Ich habe das bei Marcic Reise. Los, heil den Klon! Fuck Shaco Aua Der Fiddle tötet uns ziemlich hart gerade Ja? Was auch mit daran liegt, dass ich gerade in dem Fall total gesuckt habe, weil ich einfach gar nicht einen Schaden gedrückt habe Das war einfach nur Siege von denen Und wir haben nicht vernünftig die Fift Jein Rise, der TP war falsch Korrigiere, der TP war so halbrichtig Ich hole mir kurz Topfarm Das hat dich gerade getötet, mein Lieber Gut, ich habe einen Enemy TP gezogen Ich defende nicht gut Vor allem nicht gegen den Tründer mehr Ja? 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 Das war's für heute. 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 Aber die Jinx feedet sich immer mehr hoch und ich feede nicht mehr mich hoch. Aber dein Play ist richtig nice, muss ich mal sagen. Soll ich dir sagen, woran das liegt? Ich halte nicht viel davon, wenn du jetzt stirbst. Das war's für heute. Nicht mehr mehr kann man nicht weglaufen. Gut job. Soll ich dir sagen, woran ich... Barron? Das war's für heute. Hm? Hm? Okay. Okay, noch zwei Minuten bis Drake. Okay. 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 Jetzt solltest du aber raus, weil der fight war nicht gut von uns. Weil wir haben die Backline nicht bekommen. Und ich muss kurz aufs Klo. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Soll... Die stacken immer noch nicht wirklich Amor. So, wieder da. Was baue ich denn mir jetzt? Die stacken immer noch nicht Amor. Du kannst dir mal, obwohl sie nicht Amor stacken, einen Banshee's Vale holen. Als Defensive Item. Obwohl sie nicht Amor stacken. Der ist nicht wirklich sinnig. Musste immer alles Sinn ergeben. Fuck sense. Screwed. Traurig, ich bin schneller als du. Mäh. Yes. Story, Torben, ich hab grad ein bisschen Spaß. Jetzt geht Drake ab. Ohах, ich hab das schon. Das war's für heute. Er war gut der Fight. Und noch eins warum ich gut spiele im Moment. Mir hat die Botlane mit dir sehr gut gefallen. Um ehrlich zu sein. Wir sind ein paar mal unnötig gestorben, aber im größten Teil hat mir die Botlane sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es mit dir steht, aber mir... Ja, mir gefällt es sehr gut. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Ja, wir sollten raus. Ich weiß nicht, wie es. Ich weiß nicht, was ich noch kaufen kann. Ich bin fast voll Geld. Wie gesagt, ich weiß es auch nicht so wirklich, ich, äh, 176 plus, genau, ist genug für Banshees. Und was gibt's jetzt als letztes Item? Ähm, du bist kein so großer Fan von Active Items, oder? Ähm, welches? USS und Skimitar. Welches? Quicksilver Sesh und Mercurial Skimitar. Äh, gut, hol ich mir. Bringt dir 80 AD und ne Active, die, äh, ist, also gut wie alles, ist wie ein Cleanse, nur besser. Kennst du oder kennst du nicht? Doch, kenn ich. Gut, wir sollten hier raus, wir haben keine Vision. Könnte Vision machen, aber... Oh, hallo, Selian. So, wir haben so Hype-Vision. Wir wissen halt, drunter mehr ist Bot-Lane. Und wir wissen jetzt, vier sind hier. Und wir wissen, wie wir hier sind. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für heute. Triple kill, enemy triple kill. Torby? Ja. C9. Tja, schade. Cloud9 hat Game1 gewonnen. Nice. Das meine ich auch nicht mit schade, sondern hier unseren... ...und seinen Kollegen Wohlfahrt. Okay, Torben? Ja? Ich hab 29 kill Participation. Äh, 29... Ja, doch, 29. 24. Ich hab die Meister aus dem Team. Nice. Und ich hab 11 Kills als AD Carry. Ich bin echt zufrieden mit mir. Ich bin Full Build. Mir fehlt noch ein bisschen was. Ja, mein... ...mein Bild ist auch günstiger als deiner. Aber was fielst du von meinem Bild? Ich könnte die Active Items mal ein bisschen mehr einsetzen, aber ähm... ...sonst gefällt er mir gut. Mach du mal ein bisschen Vision. Ich liebe Red Buff. Und ich hab... Das war's für heute. 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 Das war's für heute.